Neulich kommt der Jäger nach Hause und er sagt zu seiner Frau, hat er gesagt, Mensch, hat er gesagt, Schatz, bitte hau mir schnell zwei Eier in die Pfanne, dann muss ich schnell wieder in den Wald hinaus zu meinen Rehlein. Dann hat sie gesagt, du verfluchter Idiot, ich hau dir gleich die Pfanne in die Eier, weil die Rehlein haben schon zweimal angerufen.